Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin! Randomizer Nusslogs zu Link Challenge mit dem Snack Core. Genau und dem LoL Drop. Moin Moin. Den Drop der LoL. Oder Dollrop, D to the L, L to the D, geht alles, ne? Oder Knallkopf. Nein. Ja ne, ist klar. So, ich mach jetzt den Generator aus. So, der ist bei mir schon aus. Klick! Bei mir auch. Dann geh ich jetzt hier wieder raus. So, und ich hab wiederum das nächste Pokémon getriggert. Es ist natürlich wieder ein Volto Ball. Level 25. Achso, gehst du jetzt noch hier unten alles absuchen, oder was? Ja, was ist an Items alles noch? Ja, meine Tasche ist voll. Ja, meine eigentlich auch. Deswegen geh ich jetzt raus. Toll. Wir müssen eigentlich noch hier ein paar Sachen raus. Ich kann nicht raus. Doch. Nein, ich muss das Volto Ball auch triggern, damit ich auf den Schalter treten kann. Ähm. Fluchtseil. Nein, ganz rechts, das ist ein Volto Ball. Ja, ich weiß, den hab ich ja auch. Aber du kannst Fluchtseil benutzen, dann bist du direkt draußen. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Man kann auch einfach vor dem Volto Ball flüchten und dann weiterlaufen. Und einen Hyper Ball dafür mitnehmen. Okay, TR24 kriegen wir von Walter. Walter. Walter, Walter. Dann kann ich das der Gänger beibringen. Dann hab ich auch etwas gegen... Ach, wie hältst du noch? Oh, geh mal wieder an Land. Walter! So, wir fangen uns aber jetzt noch ein Pokémon rechts... ...nehmen, Malwin Froh. Mein Gott, Walter. Ach, Barschwa kann ich da nicht auswechseln, fällt mir grad auf. Wieso? Es hat Surfer. Und Barschwa ist verbunden mit, bei mir? Wohl Kelly, oder was? Er muss dem anderen Pokémon-Surfer beibringen. Ja... Ich bin kurz davor, als Seemon wieder beizubringen. Was heißt, wieder als Seemon beizubringen? Er bringt Seemon bei. Also wir gehen jetzt nach rechts raus, hast du gesagt? Genau, dort können wir unser nächstes Pokémon fangen, aber ich... Route 118. Ja, müsste sein. Ja, du würdest mir vorschlagen? Verkauf erst mal ein paar Sachen. Ja, das werde ich jetzt genau tun. Das werde ich jetzt genau tun. Ne, weil ansonsten haben wir wieder nicht genügend Platz. Verkauf. So, ich verkaufe... ...den Sternenstaub. Ja... Joa. Verkauf... ...ich verkaufe wiederum einmal... Boah, ich muss hier jede Menge machen. Ich bin überlegen... Angriffs plus. Mega block. Top für Leber, alles davon weg. Mega block weg. Protein weg. Angriffs plus weg. bis auf kapitel sap plus und top beta die solltest du nicht verkaufen ja die habe ich noch nicht verkauft eisen weg protein weg ab plus flucht sei das flucht sei verkaufe ich auch nach einem bisschen noch gebrauchen dann war es das so ich kaufe mir noch ein paar bälle ich habe noch 34 poké bälle und 30 super bälle bloß einen hyperball den habe ich daraus bekommen dass ich das dass ich den weg quasi zu fuß rausgegangen bin der lag nämlich da einmal kurz pokémon austauschen das jetzt schon austauschen ja das ist besser dann können wir die gleichzeitig noch ein bisschen so level okay dann musst du aber gleich noch ein bild machen ja das sowieso so bei mir erst lass uns erst mal hariyama und potkot weg nehmen also potkot geht dann jetzt weg ja ist weg so warte ich werde dann jetzt potkot direkt mal bewegen damit es übersichtlicher ist wieder ok das heißt für dich publika publika okay ansonsten war schwarze ich jetzt auch noch mal mit ab bitte peter 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 war ich denn publika da oben also voltila meinst du lavita das entwickelt sich ja noch okay okay lavita ist aufgenommen so jetzt bin ich am überlegen was ist besser igel lava oder das musst du wissen welches soll ich dafür ablegen wohl kelly schon okay lege ich für kelly ab so arm eingriff 58 57 ja ich nehme wohl nona glaube ich mit was hatten wir uns eigentlich welches ich dafür nehme für voltila mit voltila dann oder äh genau voltila war das ok voltila ist jetzt bei mir drin und mit dufti und ictrasil warten wir noch ok dafür kommt dann nachher lampi rein genau das denke ich mal werde ich dann mit gewalt oder so verknüpfen so ich bringe jetzt aber erst mal gengar dabei und ich bin gerade noch meine pokémon am bewegen das ist was aufgewandert hier ist so donna blitz kann sogar mir raje in lernen so jetzt muss ich mal kurz gucken also dann tue ich jetzt erstmal voltila nach vorne weil der ist nur level 8 ich wechsel dann direkt aus und damit er genug ep abkriegt ich gehe dann schon mal auf route 118 ja bist du eine trainerin in der sekunde hat sie mich schon angehauen ich habe eine herausforderung von aromalady rosmarin und es selbst ein knill sein ja wahrscheinlich sogar noch level 16 dann wechsel ich wechsel mal auf nur auf muha man es gibt es gleich knackigen knackigen knills na komm schon muss ja eigentlich noch die attacken sortieren derpidep derp das mache ich später sander erhält donner chance wow die sind eigentlich schon so weit sortiert gewesen roselia ja jetzt werde ich das pokémon wieder wechseln damit wieder sander vorne steht sagt der homalady mache ich auch noch mal das kriege ich ja mit wulnona hin ja ich machs gerade mit nuramon ja da kommt ein knills die können wir jetzt so am besten leveln ja nuramon wurde gerade ein leben abgesaugt wahnsinn so roselia kommt als nächstes oh die ist gerade schon weg sander ist jetzt schon level 10 so und dadurch dass ich jetzt genger habe habe ich jetzt auch endlich mal einen vorteil gegen ein wingul ok den angler werde ich jetzt mal angreifen ja und mich spricht gerade wiederum ein gitarrist an ja denn der hat gerade bei mir in die andere richtung geguckt ah bei mir in die andere richtung aber der hat drei pokémon er ist kirk die natürlich direkt mit magnetilern der heißt kirk der gitarrist kirk captain kirk genau von äh raumschiff enterprise der traumschiff surprise captain korg captain korg genau so kann ich denn was anderes sagen obwohl den letzten star wars habe ich noch nicht gesehen nee ich bin da nicht so star wars sage ich von star trek boah entschuldige an alle trekkies an alle trekkies nein nein ähm was ich mir ab und zu mal auch gerne anschaue ist ähm wie heißt es jetzt äh raumschiff voyager tatsächlich das ist so der einzige film der mich da interessiert magnetilo ja hat mich interessiert was nehmen wir denn gegen magnetilo jetzt für ein pokémon spyro kapita kann doch ach guck da sag ich schon lavita müsste es doch eine ne kann es eigentlich noch nicht oder ja aber lavita ist level 11 und das magnetilo ist level 15 ja ja ok ja ok deswegen ja ok oh der hat ja einen kaniwanhaar ja ok ja ok ja ok ja ok ja ok Kyrus Level 31 Nein, ich will nicht duftee So, warte mal, wir haben doch noch mal ne TM von Walter gekriegt, na? Bitte? Stockfälle war das auch, ne? Kann sein, ja Nur Mira Jane kann nicht lernen Was für mir das wert ist Du kannst Moltiland dann Schockwelle beibringen Ok, mach ich gleich mal Nach dem Kampf hier Und ich hab ne Herzschuppe gefunden Hey, Ziele Der Stein neben dem Angler? Ja So, mein Random Encounter Ok, die Route ist da Es ist ein Ok Ein ok ist es Eigentlich wär das Pokémon ziemlich geil Aber Level 34 Es ist ein Ja, man kann's doch trotzdem fangen Ja, aber nützen tut mir das nichts Das ist das Nützen tut mir das nichts Boah, Pulverschnee Ok Der macht Schaden Ok Elf Schaden Ähm Was sollte ich dir beibringen, hattest du gesagt? Schockwelle Schockwelle, ok Ok Kweekel Zander Zander Lern Schockwelle Ok, ich fahr nochmal in die Stadt zurück Meine Pokémon heilen Und dann geh ich auch auf die Route Bitte So, ich hab Kweekel gefangen Ok Gucken, was bei mir jetzt noch auskommt Auf Nachungssuche schnüffelt Kweekel am Bohnen entlang Seine Lieblingsspeise ist ein Pilz, der unter verwesendem Gras wächst Manchmal spürt dieses Pokémon heiße Quellen auf Meistens dann, wenn's kalt hat, oder? Na ja, es ist ein Eis-Pokémon Wie nenn ich jetzt ein männliches Kweekel? Männliches Kweekel Mich... Ah, da kommt mein Pokémon Es ist, es ist Ich darf's nicht fangen Es ist nämlich ein Galoppa Also... Ich hab ja noch zwei Versuche Äh, drei Versuche Genau So Kweekel heißt jetzt bei mir Kusan Der nächste Encounter Einer Aerodaktyl What? Ja Guck mal, das ist ja schon mal okay Ich bin nur ja so an überlegen, mit welchem Pokémon ich an dem rangehe Weil der ist Level 16 Hm... Tohei du bist Ja Gute Idee Weil die Stein flut Dagegen ist auch nicht nicht so effektiv Er hat grad Agilität eingesetzt Ja Und nochmal Agilität Wie viel Schaden machst du in dem drin? Äh... Seh ich jetzt Wow Fast Tot Fast Es ist noch ein Pixel Welches Pokémon nehme ich jetzt nach vorne, damit es nicht an der Rauhaut kaputt macht? Spiro, oder? Hm... Ja... Aber wenn es nicht an der Rauhaut kaputt geht, ey Das ist die ganze Zeit nur Agilität, eigentlich Ja So, äh... Zähne getriggert Mist Okay, gut Superball Flieee Okay Okay, das hat fast geklappt Äh, ja Worte nur fast Ja, es setzt die ganze Zeit nur Agilität ein, kann aber auch noch was anderes Was ist das? Ich hatte zum Beispiel ein Problem gehabt, ähm... Ich hatte meinen Hariyama vorne Mhm Jetzt hat es zugebissen Bei einer Randomizer Challenge Ja So, das Gengar konnte nur Horrorblick und Hypnose Okay Und Kampf trifft Geist immer nicht, weil... Kampfattacken sind eigentlich nur physisch Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich da gar nicht wegkam Weil der Horrorblick einfach funktioniert hat Hm... Was ist das? Ich habe eine Aerodaktyl Hey, geht's halt? Es ist ein männliches Aerodaktyl Ah... Aerodaktyl ist ein Pokémon aus dem Zeitalter der Dinosaurier Es wurde aus genetischem Material reproduziert, das aus Bernstein gewonnen wurde Man geht davon aus, dass es in der Antike der König der Lüfte war Ja, ich möchte Aerodaktyl einen Spitznamen geben, aber wie nenn ich es? Ein Spitznamen für Aerodaktyl Ein männliches Aerodaktyl Yoshi Passt irgendwie Ich weiß nicht, irgendwie... Ja, ich würde jetzt Yoshi sagen Äh, J-Y-O-S-C-H, oder? Und I Äh, Y-O-S-H-I O-S-H-I? Okay, dann habe ich das C zu viel quasi gerade Ja O-S-H-I Yoshi wurde auf den PC übertragen Da gehe ich jetzt mal hier enlanze Genau Genau! Und dann war das auch erstmal für diese Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hatver warning Sie noch dazu und gebt uns mehr Video und bekri quêseท Ведь wars Model und bis dahin sagen wir beide schon mal Tschüss!!! Tzuuu TzVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV